Mit unseren Brillen aus Holz und Schiefer haben Sie den absoluten Durchblick. Nicht nur der guten Gläser wegen, sondern auch in Stilfragen. Seien Sie bei uns herzlich willkommen, wir freuen uns auf Sie. Ein Unternehmen, zwei Ladengeschäfte und drei Geschäftsideen. Vielfalt, wie man sie sich in der Nürnberger Straße nur wünschen kann. Vielfalt, wie man sie sich in der Nürnberger Straße nur wünschen.